Gressenck und Herzen Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich heute wieder auf einem großen Naturgewässer mit meinem Boot natürlich und versuche mir Glück auf Karpfen. Ja, die Runden sind schon Glück, derweil war noch keine Aktivität, aber ich hoffe, dass sich das Ganze noch ändert. Und schauen wir einfach, was die nächsten Stunden so bringen und ich wünsche euch ein viel Spaß bei einem Video und ich hoffe, dass ich mich später mit Vieh schmölen kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.